hallo liebe leute und willkommen zu einem freundschaft wird sehr spontan live stream weil es null geplant war dass ich heute live also dass ich früh live stream es war geplant dass ich heute live stream aber es war nicht geplant dass ich um 7 uhr 7.40 live stream hat zwei gründe erstens ich habe es vor fünf stunden gestreamt und zweitens ich habe nichts besser zu tun mir ist langweilig von daher können wir hier ruhig ein bisschen wetter für dem schon weitermachen wie lange wir heute machen weiß ich nicht also begehrt auf jeden fall zu louisa weil wir nur woanders hin könnte er so wie seine ja gut heißt du bist so perfekt und wir können jetzt anders machen grad ich weil sie landesdienst sein wird also ein paar also 20 minuten muss ich eh machen für den part heute da muss ich ihn kurz bänden dann noch mal starten damit ich den schneiden muss aber ich den schneiden muss dauert es noch länger ich habe nicht so viel zeit das ist ding um aber diese gleich meine sorge ist er weil also wir haben sie muss ihn um 40 oder 8 um 9 um 40 muss ich in der schule sein weil ich hab heute schule ja aber nicht so früh wie sonst weil die ersten zwei stunden ausfallen ich habe eine stunde 45 minuten ich werde abgeholt ich weiß aber auch nicht wann ich muss auf mein handy schauen dass ich mir fertig 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 macht also also 20 minuten schafft was ich glaube wir machen heute nur ein video und sonst weißt muss er weiter sterben und dann Wo ist er geholfen? El Presidio. Sie wissen, dass wir in unseren Hörten bereits heiraten sind, aber seine Familie nicht verhindern. Wie können sie, wenn ich ein bisschen mehr als eine Bessie? Aber das macht Abram den Mann wie er ist. Er geht nicht um ihre Bourgeoisie, Knobberie oder Elitism. Er sieht die reale Ich. Die Frau. Ich bin sicher. Ok. Oh, Kutschefahrten. Ach, hey, ich muss nicht reiten. Na, danke. Ist doch voll nett. So, ich kann wieder schön überspringen. Meine Katze kratzt ja da an der Decke rum, aber das würde mich verarschen. Das ist die Mission. Ja, tschüss. Meine Katze. Was ist ein bisschen kurzer? Die ist für dich. Wie geht es? Wir sind nicht über das. Aber bitte beantworteil. Es gibt überall Schäuze. Wenn sie dich sehen, sie töten dich beide. Na gut, wenn er alive wird, ich versuche, dass er so bleibt. Du kannst das. Du hast Gott auf deinen Seite. Good luck! Du bist schon mal. ... ... ... ... ... Das ist ein Mörmarsch. Okay. Alle tot. Ich habe alle getotet. Hui. Ich sollte mal einen Schleichen aufhören. Das wäre, glaube ich, optimal. Hallo. Ja, Victoria. Ich heiße Victoria. Schaut uns aufhören. Du musst aufhören. Ich bin zu weib. Ich bin zu weib. Guck mal. Ich bin zu weib. Ich habe alle nicht mehr gewöhnt. Ich bin zu weib. Ich bin zu weib. Ich bin zu weib. Oh Leute, darf ich jetzt ein Kleingaschen machen? Wenn wir im nächsten Mal die Meziko abstritten, wird schon mal anfangen, das ist ja schlecht. Weil das ist wirklich ein kurzes Team, da da ist hey. Ich wollte halt Meziko in ein Zimmer und dann da Wein machen, aber das machen wir an einem Ein-Stream. Was ist? Ich bin in Livestream, was willst du von mir? Oh, Mann. Hallo Livestream. Und sag gleich Hallo YouTube mit. Hallo YouTube. Oh perfekt, super. Haben wir ihn ganz schnell raus. Meine Nerven. Ich hab mal, mein Paar ist auf Privatstellen, ne? Mhm. Mach ich jetzt aber aus Prinzip nicht, weil... Ich hab keine Zeit dafür. Ich muss Kunde halt den Paar über 10 Minuten Strecke. Ah ja, ist er schon. Und du bist nicht. Und du bist gar nicht, Mann, das ist das. Du bist gar nicht. Huiza und Zapache. Buena Suerte, Compadre. meine beide bitte bratte man sieht halte schon durch mit letztlich einmal wieder werden wir wollen best of luck to both of you but need to find two minutes why can return to america i will help you find those men you will win it people are free by young Du bist mit mir. Und ich dachte, ich singe schlechter, das ist ja noch schlimmer als ich, und ich dachte, es geht mir meine Nerven. Okay, der Typ ist jetzt ja immer weg, na danke. So. Der Santa. Auch so der Santa. Mit der Schnellreise. Boah, fährt doch einfach. Die Werbung. Kein Wehpunkt, ne? Ah, so. Das ist schon wieder in der Party, Alter. Das ist doch verarschen. Und gehen dann doch in die Party rein. Wenn du holst du und der kommt auch in die Party rein. Boah, jetzt achte. Geil. Jetzt ist das so dunkel für die Santa. Ach, Mann. Da kaufe ich mir hier das Haus. Was wir jetzt sehen, aber brauche. Hallo. Hallo. Das ist kaputt, da kann ich einfach reinsteigen. Wie kostet das? Nämlich. Okay, nochmal. Leute, diese guten Morgen-Strees werde ich nicht so oft machen. Nenn mal am Wochenende oder so. Das ist jetzt wirklich nur, weil ich Parts brauche und weil ich mir gerade langweilig ist, so ich nichts zu tun habe. Weil jeder beschäftigt ist. Die Hälfte ist ja in der Schule. Die Hälfte ist auf Arbeit. Und die, die noch zu Hause sind, die haben Lust auf mich. Oh. Servus de Santa. Falk, mir sterben öfter. Die Hälfte ist ja in der Schule. Du kennst, du bist ein rare find. Ein gringo, der auch ein Freund von unserem Land ist. Bienvenido. Wir willkommen dich. Okay. Mann, relax, relax. Ich habe eine wunderbare Nachfrage für dich. Sehr wunderbar, in fact. Du kennst die Menschen, die Hälfte? Sie haben in Chupa Rosa getötet. Ich will dich und die Santa fahren da, und dann kannst du sie mitnehmen. Das ist mein Geist für dich. Für all deine Hilfe, Herr. Ich habe eine Worte, Herr. Ich wünsche dir, dass du hier bleibst. Und du viel mehr von unserer Hospitalität hast du? Danke. Es ist alles gleiche. Ich würde gerne mitnehmen. Ich habe eine Frau und ein Junge. Ich habe eine Frau und ein Junge. Ich habe meine Mutter. Wir sind nicht alle, Herr. Wir sind nicht alle. De Santa. Ich will dich, Herr Marstens. Vamonos, cabron, go, adelante. Mi amor, mi amor. Follow me, a wagon has already been prepared. Hui, 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 hui. Da will ich ja Kutsche fahren. Ja. jetzt hat der wach ist immer schneller aber auch wieder eine hab so gesehen ich bin nicht blöd das war hundertprozentig kubarossa hallo kubarossa muss ich auch nicht auf kubarossa es 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 Oh nein. Wollen wir auch wirklich ernsthaft? Ein Lenden wickets ist doch in Kuba-Wars oder nicht? Wollen Sie diese Pisa-Mierda! Wollen Sie ihn! Marston! Hey! Marston! You have betrayed this land enough. I hope you have a clear conscience. Because you're about to meet God. Was mit Lenden? Das macht uns noch mal etwas. Oh nein. Guess what? Issa Wur einre Pretty. It's lucky for you! I arrived when I did. I guess we're even there. Now find your weapon that might be stuff. People did it and self dumped! Was ist das hier? Das war's. Was ist das? Today, we have proven that the days of this evil regime are numbered. Soon, we shall be free, living together in a noble republic, justly ruled by fine men. But, 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 el trabajo, the job is not done. Our struggle is not over. We will fight all day and night until local tyrants like Allende are no more. And him and all his dogs are brought to the storm. We shall be free. This time things shall be different for every man and woman in this land. And, and one day, and one day too, Allende will know justice. We shall be free! My brothers! My arms! In our hearts, we are all free! Let us make it so! Viva la revolucion! Viva Mexico! 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 I have a video. I have a video. Now, I have a video. Let me go! I have a video. Oh, I can! I have a video. What are you doing? You can't wait! noch um eine aufnahme heute werde ich noch mal weiter wird am stream von daher halb so schlimm genauso wie wahrscheinlich ist es uns nötig also speichern applaud und dann sehen wir uns im nächsten stream und video wieder hot rollen und ja